Jahrelang haben mich die Gäste immer gefragt, wie die Wirkung ist und habe mir gedacht, was haben die Gäste? Das ist eigentlich für mich nicht das Thema gewesen am Anfang, aber irgendwann habe ich mich dann belesen. Es gibt sehr viele Bücher zum Lesen. Dann habe ich mir das angefangen, habe zugeheucht, was die Menschen zu mir sagen, wie sie das handhaben und dann bin ich schon draufgekommen mit der Zeit, durch das, dass ich weiß, aus was der Stein besteht, weil wenn der Stein aus sehr viel Mangan besteht zum Beispiel, in jeder Kopffederblätter ist Mangan enthalten, dann kann man sich vorstellen, okay, es muss in diese Richtung gehen. Ich trage immer irgendeinen Stein an mir, wenn es nicht zur Mode passt, dann habe ich den im BH, wenn ich das so sagen darf. Aber ansonsten, wir haben sehr viele, es kommen die Gäste zu uns und sagen, das war super und seitdem ist das nicht mehr so, auch mit dem Rauchen entwöhnen oder für Kinder, für Tiere. Es kommen extrem viele Bauern zu uns, die was Steine für den Stall holen und die Tiere wissen nicht, dass sie einen Stein drin haben und es wird wieder. Also irgendwas ist dran. Ein Großteil der Kunden kommt wegen Schmuck zu uns, weil den Schmuck mache ich fast zur Gänze alles selber. Die Gäste kommen teilweise mit Kleidung zu mir und dann fertige ich das gleich an, was dazu passt und ganz ein großes Highlight ist bei uns die Gravur. Wir machen Gravuren, Fotos auf Achatscheiben. Das wird per Handy geschickt, wird am Computer bearbeitet und meine Dochter graviert das dann.